Jungs, hallo. Was willst du? Bro, ich wollte so gucken, wie es mal so meinen Pros geht. Mein Breee! Seit wann bist du Freitag zuhause, Digga? Sonst immer rum, Fick! Freitagabend, Digga! Heute nicht, Fick! Doch, Bro, ich hatte vorhin ein Date, aber ich wurde nach Hause gefahren. Wie war Creed, Bro? Wie war Creed, Bro? Wie war Creed? Du wurdest nach Hause gefahren. Ja, ich wurde nach Hause gefahren. Warte mal, hast du noch ein Date? Ja. Wie war Creed, Edos? 8,5 von 10. Warst du mit einem Girlie unterwegs oder mit Kumpels? So auf Lock? Ja, Bro. Echt jetzt? Mit einem Mädchen? Was für Tino? Wow, 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 wow! Du musst Läschchen verlieren. Was? Du rufst mich gleich an. Wie, was? Ich hab nichts gemacht. Habt ihr ein bisschen rumgeknutscht? Das ist trotzdem eine gute Erfahrung! Habt ihr euch geküsst, Edos? Warte mal, ganz kurz für mein Verständnis. sie hat dich dann nach hause gefahren Ehrlich, ich bin armer man, ich wollte, ich habe es so gesagt, egal, ich fahre im Bus, so, aber Sie hat dich dann nach hause gefahren? So eine Scheiße habe ich noch nie gehört Ja, das ist krass Ja, also, ich will nicht flexen sonst mehr, aber Habt ihr euch irgendwie angeflirtet? Hat sie gesagt, hey, war schön so? Hat sie auf den Kuss gewartet? Ehrlich, der saß da die ganze Zeit und hat überlegt, ob er die Oberschenke anfassen soll oder nicht Das hat sich nicht getraut, sage ich Das kenne ich auch, das haben wir alle mal durchgemacht Ehrlich Hast du ihr eine Oberschenke angefasst oder nicht? Nee Gut, nicht schlimm Typ Ja Typ 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 Typ